Ein Ford Ranger steht hier zum Verkauf. Der Kaufhabende SUV ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber und noch vieles mehr. Der Allraddiesel überträgt eine Leistung von 150 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.